Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu Alice mit dem Messer im Wunderland. Ja, ihr habt richtig erkannt, Alice ist Kung-Fu-Lehrerin und Experte mit dem Messer. Also wie die perfekte Küchefrau oder Haushaltshilfe, ne? Wenn ich nach Hause komme und du mit einer anderen Frau im Bett liegst, dann steh ich dich. Ah ja! Ah ja! Er kommt mir irgendwie so vor wie... Wie hieß der Film? Ah, mit der Schwarzhaarigen, ich komme jetzt nicht drauf. Der Sinn einer Blume ist einfach und unerschütterlich. Der Sinn des Menschen unsteht, er ist Sklave seiner Erinnerung. Erinnerungen wollen sorgsam verwaltet sein, Alice. Unproduktive gehören ausgelöscht. Hat er recht. Denn man sollte sich nur an die schönen Sachen des Lebens erinnern. Und die schlechten einfach ausblenden. Sonst fressen die schlechten einen noch auf. Und das wollen wir alle nicht. Oh. Ich glaube, da müssen wir... Ah, alles klar. Drück und halte Leertaste, während du springst, um Alice schweben zu lassen. Okay. Um das Schweben zu verlängern, drückst und hältst du Leertaste, ne? Während du springst. Okay. Habe ich so verstanden. Wir versuchen es mal. Perfekt. Ja. Jo. Perfekt. Oh, kannst ja fast nur mal Rock gucken. Hui. Rock Session. Huhu. Was ist das hier? Na komm, Alice. Schlaf nicht. Alice. Eine Flaschenpost. Cool. Was steht da drin? Flasche aufsammeln. Kann man das irgendwie sehen. Jetzt nehmen wir Metall. Erinnerung. Okay. Dr. Wilson. Whetcliffe. Nee, haben wir... Äh, so viel Maden auf dem Gehirn drauf, ey. Äh, ist ja ekelhaft. Okay. Zurück. So. Dann haben wir noch ein bisschen Mezzeln hier. Und wir haben auch wieder ein bisschen Energy zurückgekriegt. Die Frage ist jetzt, wo müssen wir jetzt lang? Ach, schon mal rüber. Jo. Perfekt. Was bist du hier? War da so ein alte Schneckenhaus? Das Umgebe steht die Welt nur aus Schneckenhäusern. Ich weiß nicht. Wo ist da denn jetzt hin? War da schon. Hä? Verstehe ich. Wo haben wir doch schon? Alles klar. Jetzt wird sie mal langgegangen. Hep, hep. Hep, hup. So. So. Hier haben wir noch eine Flash und Boss für Alice. We living not to next door to Alice. Oder wie das war. Gut hier. Okay, wo kommen wir hier? Ach du Scheiße. Wer bist du denn? Hep. Au. Alter, ist die hässlich. Ach, du bist es Alice. Tritt näher. Warum sollte ich? Ihr wollt mich verspeisen. Nun, du hast mir Mandieren beigebracht. Ich hab keinen Appetit mehr auf verrückte Frauen. Ich bin jetzt auf strenger Schweinediät. Mit Speck schmeckt alles besser, findest du nicht? Natürlich findest du das. Also, es gibt da ein paar Schnauzen. Ich habe sie hinter dem Haus gehört. Geh und hol sie mir. Achte auf die Quellgeister, die den Weg versperren. Pfeffre ihn was, wenn sie dich bedrängen. Sie brauchen Würze und du bist die Speise. Diejenige, die sie ihnen verleiht. Diese Mühle sollte dir gute Dienste leisten. Warum würzt ihr eure Schwarten nicht selbst? Eine Frage der Priorität. Meine Alabasterhaut muss vor den widerlichen Kreaturen geschützt werden. Alabasterhaut. Die wollen immer irgendwelches Profit rausschlagen, aber... Ist doch trotzdem übrigens hässlich, oder? Alter! Also, ganz ehrlich, Freunde... Schön ist was anderes, wa? Umrühren! Naja... Boah, ist hässlich, ja. So, was haben wir hier? Pfeffermühle aufheben. So, eben erhalten. Ihre Herzögin. Ferkel Edition. Ferkel Edition. Pfeffermühle. Verleiht Feinden Würze. Rüssel Pikant. Im Nu. Okay. Oh, da, gegen die Tür, auf. Cool. Schraubelle. Ach, du Scheiße. Okay. Alter. Alter. Boah! Loll! Was ist denn das für ein Ding? Alter. Fühlt sich wie Rambo. Boah! Geil! Ba-ba-ba-ba-ba-bam! Ho-ho-ho-ho-ho! Geil! Ja, du Drecki! Das ist ja cool. Geil. Du bist ja wie Rambo hier, ey. Ähm! Alles kaputt! Geil, was man so Pfeffermühle machen kann? Geil! Fett! Oh, jetzt kann ich. Alter. Hallo! Wop! Alter, wop! Nee, das schnitt sich halt. Mann, mach Gott. So, die blieb noch gleich kaputt hier. Raptor, 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 raptor! Was denn nu? Hallo! Was denn nu? Hallo? Ah, alter. War schon ein bisschen wie heiß gelaufen oder so. Alter. Krass. Dreh die alte Müller-Fäffermühle rum. Krass. Oh, wenn das in Wirklichkeit sogar, ey. Wuuuuh! Wo ich nur nu in der Pfeffermühle rumrennen? In der Pfeffermühlen-Gun! O o o o o o o o Feuer! Was für ein Ego-Spring drin Man muss mit Messern hier Klatsch Ha! Kaputt! Was? Na komm her! Raus nicht, wa? Komm her! Oh, geil! Zack! Und kaputt! Geil! Oh, wer, wer, was ist das? Guck mal, kommt das nackige Kind schon wieder! Iiiiih, bist du hässlich! Klatsch! Süß! Uiih, Schrobelle, aber was? Weg! Hm, das kleine Kind mit dem Messer! Das kleine Mädchen mit dem Messer! Geil! Na, Schrobelle? Was ist noch so'n Vieh? So, was machen wir mit dem Messer? Oh, guck mal da! Spitze überall die Ohren, um Schnauzen zu orten! Wechsle in den Zielmodus und schieße mit der Pfeffermülli auf die Schnauzen! Okay! Ist die Schnauze voll gefeffert? Wird sie Pfade und Sammelstücken offenbaren? Cool! Also sollen wir jetzt diese... Ja, und wie sollen wir jetzt die Schnauzen orten? Ah! Super! Was? Da ist eine! Habt ihr das ja gesehen? Ich sammle mal schnell noch hier die, äh, Dings ein, die jetzt hier, ne? Da ist eine! Pfeffern! Ich pfeffer dich! Alter! Kommt heute die jetzt ab? Ah, die fliegt wieder zu der fetten! Ah, okay! Cool! Wollen wir jetzt wieder auch nochmal hin? Ich geh einfach mal gucken! Kuckuck! Das ist gerade übelst hässlich, die Olle, ja! Besten Dank für die Schnauze! Und jetzt geh! Was? Warum? Ja, bloß weil die jetzt die Schnauze war, soll ich jetzt abhauen oder was? Goldene Zähne! Und das Mäuseloch öffnet sich wieder! Ich hab aber da hinten nochmal, vor war abhauen, nochmal Zähne gesehen! Vielleicht nochmal eben einsammeln fix! Klatsch! Oh! Ja! Ist warum gerade der Alarm? Klatsch! Gehen wir mal... ...durch! Schick! Noch so ne Schnauze! Haben wir die Rheelgang noch? Ey, klar! Ah! Klick! Ah! Na klar, als ob ich's geahnt hätte! Jetzt kommen wir noch mal wie Viecher angehört! Weck! Na, der Wheel Gun! Na komm her! Klatsch! Klatsch! Oh, noch mal viel! Oh, nochmal schnell kaputt hier! Oh! Alter, was? 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 Weg! Immer besser schneller als du. Oh, jetzt ändern welche. Tun Sie noch was? Alter, was? Hau ab! Boah! Was ist denn hier los? Oh, so ein Dreckpiefer! Alter, hau ab! Babyface! Babyface! Wirmling! Hau ab! Hau ab! Mann! Wo ist denn so einer? Klatsch! Kamikaze! Wuh! Ha! Alter, die geht ab, ey! So meine Freundin durfte sie nicht sein, ey! Die Dreck-Sau, ey! Oh, Alice! Ah, Alice! Oh! Ja! Sie ist schon... Geil, die Kleine! Gut jetzt schon! So, wir haben die Zehnchen noch eingesammelt. Was hat denn... Blumen auf sich? Nicht mehr! Ja, wir wollen nochmal hochgehen. Schauen wir mal, ob wir hier wieder hochkommen. Ach, da ist ein Springepilz. Ah, so ein Hüpfpilz. Ne? Doink, 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 ah! Ah, ah! Kann man auch kaputt machen? Muss man hier noch ein Fähnchen? Klatsch! Alice! Danke! Sooo! Hepp! Tchuuu! Huiiii! Sooo! Oh, das ist noch eine Schnauze! Gmeh! Mal auf der Wheelgun hier! Rattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattatt Unsere Zähnchen haben wir schon eingesammelt In einem Alter werden sie uns, denke ich, mal ausfallen Was ist jetzt Hier? Ah, ein bisschen da rüber Okay So, hier haben wir noch eine Erinnerung Was? Wie jetzt Unsere Kälbchen gestorben Das verstehe ich jetzt nicht Unsere Suppe ist ein Kälbchen gestorben Nein Scheiße, wieder untergefallen Was ist denn da? Wie viele gruselige Geschichten erzählt haben Und so bin ich auf Sterben Kälbchen Und was sind das für eine Zustände hier? So, ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung So, müssen wir mal kurz warten Was ist denn wiederkommt? Ha! Nein! Oh, wieder untergefallen Fickdreck hier Fick-Schnitzel Mann Das ist doch schon wieder zum Heulen hier Das will ich jetzt noch fertig machen Da will ich jetzt noch hoch Haben wir heute ein bisschen überlänge Ist mir gerade egal Ich will das aber schaffen Packt mich der Ehrgeiz Er lässt dich auch So, hier rüber Schlup Zack So, was bist du hier? Ich glaube, das ist eine Kuh Oder so Ja, keine Ahnung Hepp Hepp Ich glaube, ich habe den Fehler entdeckt Denn Ha! Schafft Bin wir bloß noch da rüber Ey, ein Zahn Cool Hey, cool So, dann müssen wir jetzt Vorher sehen, dass wir jetzt da rüber kommen Ha! Ja Dann wollte ich sagen Verabschiede ich mich jetzt erstmal Und wir sehen uns gleich weiter Wenn es wieder heißt Alice ist mit ihrem kleinen Messer Im Wunderland unterwegs Macht alle kalt Die Kaltmacherin Bis dahin Tschüss